Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda, schön dass ihr da seid, ich freue mich über jeden, der hier meine Videos schaut und ganz besonders freue ich mich auch immer, wenn ihr einen Daumen da lasst und einfach mal einen netten Kommentar schreibt, freue ich mich immer riesig drüber das zu lesen. Heute möchte ich eine neue Serie starten und zwar habe ich zuletzt mal gefragt, was ihr euch so wünscht und da kamen durchaus öfters die Bitte nach eigenen Partien und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen eine neue Serie zu starten mit dem Titel Road to FM. Was hat es damit auf sich? Ich möchte gerne FM werden, wer es nicht weiß. Da braucht man ELO 2300, die habe ich noch nicht, da fehlen mir über 100 Punkte, aber ich war mal auf einem ganz guten Weg dahin und wir werden in dieser Serie schauen, wie sich dieser Weg entwickelt, denn ich werde hier alle meine Partien vorstellen und analysieren. Alle Partien, die ich spiele, Langzeitpartien und insbesondere soll es darum gehen, es werden jetzt nicht immer die wunderschönen oder die ganz schlimmen Partien sein, einfach ganz normale Schachpartien und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was lernen und mitnehmen, wie man vielleicht in gewissen Situationen denkt, wie man praktische Entscheidungen trifft und wie man Partien analysiert. Viel Spaß damit! Die erste Partie dieser Serie, die ich euch vorstellen werde, habe ich gegen einen Vereinskollegen gespielt in der Vereinsmeisterschaft oder beziehungsweise im Vereinspokal, das ist so ein K.O. System und ich hatte weiß, mein Gegner hatte ungefähr DWZ 2000 und wir schauen uns mal diese Partie an. Also es sind Langzeitpartien, von denen ich hier spreche. E4, E6, französisch. Ich spiele dagegen immer das Reti-Gambit. Das ist natürlich nicht das Beste, nicht ohne Grund spielt das kaum jemand auf der Weltspitze, aber es ist durchaus auch spielbar. Ich habe auch Videos darüber gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. D5 und jetzt kommt die Idee dieses Gambits. Man opfert den Bauern, setzt dafür auf schnelle Entwicklung, holt sich diesen Bauern auf E4 aber typischerweise zurück und versucht lang zu rochieren und kriegt Angriffstellung. Warum spiele ich dieses Gambit? Ich versuche, meine Eröffnung so zu wählen, dass ich in die Stellung komme, die ich spielen möchte. Es geht mir jetzt nicht immer um die objektive Bewertung, ob dieser Zug plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3 besser ist, sondern ich möchte Stellungen erreichen, die mir gefallen. Und diese französische Stellungen gefallen mir oft nicht, gerade zum Beispiel der geschlossene Franzose, dieser Vorschluss Franzose. Das sind Stellungen, wo ich sage, das ist nicht meine Art von Stellung. Ich kann sie spielen, aber ich möchte lieber andere Stellungen spielen, ein bisschen offener, ein bisschen dynamischer und hier kriegt man typischerweise entgegengesetzt auch Raden und Angriffschancen und deswegen spiele ich diese Eröffnung. Und das kann ich euch auch empfehlen, dass ihr versucht, eure Eröffnung darauf anzupassen, dass ihr Stellungsarten bekommt, die euch gefallen. Es geht jetzt wie gesagt nicht darum, ob eine eine Eröffnung besser ist als die andere. Ihr seht, ich spiele hier auch eine Eröffnung, die sicherlich auf Spitzenniveau minderwertig ist, dieses Gambit, weil es da Mittel und Wege gibt für Schwarz, wo er nicht nur locker ausgleicht, sondern vielleicht sogar in kleinen Vorteil kommt, wenn er das genau macht. Aber wer macht das eben schon? Wir sprechen ja hier jetzt nicht von Weltklasseniveau. Da würde das niemand spielen, weil da, wie gesagt, würde einem Schwarz das vielleicht beweisen, warum das nicht gespielt wird. Aber auf meinem und auch auf eurem Niveau, da kann man auch mal nicht die allerbesten Züge spielen und das ist trotzdem okay, wenn man dann in Stellung kommt, die einem gefallen. Springer F6 deckt den Bauern und jetzt Dame E2. Zum einen möchte das den Bauern zurückgeholen, zum anderen möchte das lange auch hier. Mein Gegner spielt jetzt Läufer D7 und jetzt war das erste Mal, dass ich schon raus war und nicht so richtig wusste, was man hier spielt. Habe ich lange überlegt. Es gibt hier verschiedene Ideen. Das Einfachste ist es wahrscheinlich hier einfach, jetzt den Bauern zurückzunehmen. Die Idee von Schwarz ist natürlich, jetzt seinen Läufer zu aktivieren und jetzt meine Dame hier hinzustellen und jetzt hätte ich ein relativ freies Spiel gehabt. Lange Rochade. Die beiden Läufer sind natürlich relativ gut, aber hier steht weiß sicherlich ganz bequem und wäre eine normale Stellung gewesen. Ich wollte hier aber nichts abtauschen und habe lieber den aggressiveren Zug G4 gespielt. Das ist auch eine typische Idee in diesem Gambit. Man will ja sowieso lang rochieren. Dann kann man hier auch schon mal ein bisschen loslegen und der soll halt diesen Springer vertreiben. Und tatsächlich ist G4 aber echt schon nicht gut. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und versuchen herauszufinden, was ist der Nachteil von G4. Ist nicht so einfach. Ja, könnt ihr mal, wie gesagt, das Video anhalten. Ich habe tatsächlich den Zug gesehen und das, was jetzt danach kommt. Aber ich habe eine Sache einfach übersehen und das zeigt so ein bisschen, dass manchmal mein Schach gerade eben in dieser Phase nicht auf meinem Spitzenniveau ist. Dass ich manche Dinge dann einfach in der Tiefe nicht sehe, die ich sonst hoffentlich gesehen hätte. Und zwar ist das Problem Springer C6. Der Springer droht hier hinzugehen. Ich hätte lange rochiert und habe jetzt gesehen, dass meine Dame nach E1 zurück kann, was ich dabei aber völlig vergessen habe, dass jetzt einfach dieser Springer, äh, dieser Bauer hängt. Und man flieht jetzt einfach einen Bauern. Man gewinnt zwar den E4 zurück, aber man hat ja jetzt schon zwei verloren. Und dieser Bauer ist einfach relativ klar weg. Und so hätte man jetzt wirklich einen Minusbauern. Und gerade diesen G-Bauern, mit dem man ja mal loslegen wollte, ähm, ja, das wäre nicht so schön gewesen. Mein Gegner spielt stattdessen Läufer C6. Auch logisch, hat er ja vorbereitet. Da jetzt mal so eine Abzüge drohen, spiele ich Läufer G2. Mein Gegner spielt Springer D7, entwickelt sich, ich entwickle mich und mein Gegner spielt Dame E7. Ja, und damit sagt er natürlich ganz klar, was er vorhat. Denn mit Dame E7 sagt er, dass er lang rochieren möchte. Ja, weil sonst, äh, würde er Läufer E7 oder so spielen und kurz rochieren. Dame E7 sagt, er will lang rochieren. Und deswegen wusste ich jetzt schon, okay, hier wird es keinen Bauernsturm und keinen entgegengesetzten Rochaden geben. Ähm, ist okay. Ich muss natürlich irgendwann mal diesen E4 zurückgewinnen. Und worauf ich jetzt so ein bisschen gesetzt habe, ist, dass seine Dame da vielleicht ein bisschen mit diesem Läufer zusammen, dass die ein bisschen, ähm, Probleme haben, sich zu koordinieren. Dass er vielleicht diesen Läufer nicht so gut entwickeln kann. Ich habe jetzt aber trotzdem erstmal H4 gespielt, weil irgendwann will ich ja G5 spielen. Er spielt H6. Ja, mein Springer, äh, irgendwann kann man sicherlich den E4 auch einfach zurücknehmen. Vielleicht wäre das jetzt ein sinnvoller Moment gewesen, ihn einfach zurückzunehmen. Ich spiele jetzt stattdessen Springer H3 mit der Idee, dass der auch mal dieses Feld F4 gedeckt ist, weil es sonst mal so eine Ideen durchaus gibt. Er rochiert lang und ich spiele jetzt G5. Nimmt, nimmt und Springer D5. Ja, das war natürlich jetzt eine logische Folge und da ich jetzt natürlich keine, ich wollte nicht unbedingt viele Figuren abtauschen. Ich mag es ein bisschen Figuren im Spiel zu halten, um die Stellung ein bisschen komplexer zu halten und deswegen nehme ich jetzt hier mit dem Springer auf E4. Mein Gegner spielt sehr logisch, Springer C5. Ja, und jetzt war jetzt so eine Stellung, die, ähm, wo ich das erste Mal merkte, okay, es ist, die Stellung ist nicht einfach, denn Schwarz hat, diese ganzen schwarzen Figuren hier, die stehen ganz schön hier in der Mitte und die Springer sind ziemlich aktiv und meine Figuren, die haben nicht die optimale Koordination, gerade dieser Springer hier. Dieser Springer kommt halt nicht auf dieses, er deckt das jetzt zwar, aber er kommt nicht dahin und auch sonst hat er gar keine Felder und er steht hier in der Haarlinie, vielleicht auch mal angegriffen und, ähm, ja, so richtig 100%ig gut gefiel mir das hier nicht. Ich dachte, das ist in Ordnung, aber irgendwie hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Worauf ich weiter jetzt gesetzt habe, ist, dass ich diese Figuren da erstmal hinten halte, deswegen habe ich jetzt hier nicht getauscht, ja, weil wenn ich hier tausche, dann lasse ich seine Dame raus und dann ist sein Entwicklungsproblem gelöst und dann kommt auch gleich so ein Springer hier hin, äh, die Dame wird sehr aktiv, das wollte ich nicht, hier seine Dame aktivieren. Ich hatte aber auch so ein bisschen taktische Angst vor gewissen Ideen. Ich habe da, worüber ich nachgedacht habe, lange ist G6, mit der Idee, dass wenn er den nimmt, dass ich dann da nehme und diesen E6 gewinne. Aber ich hatte jetzt hier Angst vor schwarzen taktischen Ideen und jetzt seid ihr mal dran. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und versuchen rauszufinden, was eine schwarze taktische Idee sein könnte und das auch mal ein bisschen versuchen zu berechnen. Es gab hier eine Idee, vor der ich riesige Angst hatte und deswegen habe ich G6 nicht gespielt. Wie gesagt, haltet das Video gerne an. Ich präsentiere euch die Idee. Wie gesagt, der Zug wäre mega nervig, wenn dieser Springer nicht da wäre und deswegen habe ich sehr viel Angst vor dem hier gehabt und tatsächlich ist das schon sehr unangenehm. Ich musste mit dem Läufer nehmen, weil sonst kommt hier direkt die Gabel. Jetzt kommt Springer F4 und jetzt hängt halt auch noch der und hier ist diese Gabel und ich dachte, das kann nicht gut gehen. Der Computer zeigt mir hier eine verrückte Variante an. Ich zeige euch das mal. Nimmt hier, jetzt soll ich nicht den H3, jetzt darf ich natürlich, wenn ich den jetzt wieder nehme, verliere ich hier einfach diese Figuren. Jetzt hat der Gegner zwei Figuren für den Turm und steht super. Stattdessen soll ich hier nehmen dann kann aber Schwarz hier die Qualität nehmen, ich kann aber die Qualität zurücknehmen, Schwarz nimmt hier, ich kann da nehmen, er nimmt hier und ich nehme hier und schaut mal, innerhalb von wenigen Zügen haben sich hier fast alle Figuren abgetauscht. Wir gehen Richtung Endspiel und das ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen, dieses Endspiel. Schwarz kann zwar diesen Bauern nehmen, aber mit dieser Bauernstruktur, da werde ich natürlich irgendwann Bauern zurückgewinnen und hier ist tatsächlich nicht so viel los. Hier hätte sich schon mega viel abgetauscht. Habe ich jetzt so in der Tiefe nicht berechnet, weil da gab es natürlich noch viele andere Varianten und es ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Tendenziell bin ich derjenige, der der Material verliert. Ich muss Taktiken finden, um das irgendwie zu halten und damit das alles nicht gefallen hat, habe ich jetzt erstmal gesagt, okay, ich muss diesen Springer mal decken, weil sonst gibt es da eben hier irgendwie Abzüge und Drohungen und habe erstmal die drei gespielt. Ja, weil wenn er den jetzt natürlich tauscht, dann öffne ich mir hier die D-Linie und das dachte, ich komme mir zugute, hier diese D-Linie zu öffnen, weil seine Türme noch nicht verbunden sind. Und für Schwarz ist allerdings auch nicht so ganz klar, was er hier tut, weil wie gesagt, er hat hier noch hinten diese Probleme zu lösen, der Läufer ist hier ziemlich stark und ganz klar ist es auch für Schwarz nicht, was er hier tut und er hat erstmal einen sehr logischen Zug gemacht, König B8. Das ist ganz oft eine gute Idee bei Lang und Rochaden, den König erstmal dahin zu stellen und ein bisschen rauszunehmen aus irgendwelchen Schachgeschichten, auch aus der C-Linie und ich habe dasselbe jetzt gemacht, König B1 erstmal gespielt, damit nicht irgendwann hier der G5 mit Schach fällt. So. Ja, mein Gegner hatte jetzt Angst vor Läufer A3 und hat Tormier 8 gespielt. Sagen wir, er würde jetzt wieder zurückgehen und ich würde Läufer A3 spielen. Jetzt seid ihr im Zug. Ist das ein guter Zug? Der fesselt ja den Springer und das sieht ziemlich gut aus. Wenn jetzt Schwarz B6 spielen müsste, das wäre ganz schlimm mit dieser Fesslung des Springers. Den kann ich dann halt auch einfach irgendwann mal vielleicht wegnehmen. Ich habe natürlich noch gewisse Probleme und diese gewissen Probleme drehen sich jetzt um taktische Motive, die Schwarz hier hat. Ihr seid dran. Haltet mal das Video an und versucht das mal zu berechnen. Läufer A3. Ob das ein guter Zug ist oder nicht. Wenn Schwarz noch eine Idee hat, haltet das Video an und versucht das wirklich mal bis zum anderen zu berechnen. Holt euch gerne ein Brett. Das habe ich heute und diesmal gar nicht am Anfang des Videos empfohlen. Mache ich normalerweise. Holt euch ein Brett und versucht das mal selbst zu berechnen. Ich sage euch, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Warum? Hier gibt es eine fette Gabel. Hier ist die fette Gabel und deswegen kann Schwarz hier nehmen. Einfach seine Dame opfern. Dann gibt er hier die Gabel. Dann nimmt er hier. Ich nehme zwar den Turm und jetzt gibt es das Problem, was man eben bis zum Ende berechnet haben muss. Wenn Schwarz jetzt einfach seinen Läufer zieht, greift er meinen Läufer an und mein Läufer kommt nicht mehr raus. Der hat keine Felder mehr und schaut euch mal diese schwarzen Figuren an. Die fliegen hier ein. Er hat diesen mega starken Läufer. Er hat die Kontrolle über die schwarzen Felder. Materiell ist das gut für ihn und das wäre eine ganz furchtbare Stellung. Also Läufer A3 verliert einfach. Deswegen habe ich den nicht gemacht. Und stattdessen habe ich jetzt nach König Achso, mein Gegner hat erstmal gespielt. Er hat Turm 8 gespielt, weil er eben Angst hat und dachte, er muss seine Dame decken. Das hilft mir natürlich und gibt mir jetzt erstmal ein Tempo. Und ich habe das Tempo genutzt, um C4 zu spielen und jetzt seid ihr dran. Ich habe dabei eine, es gibt jetzt eine Taktik, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Mein Gegner auch nicht, nehme ich an. Die kam für mich auch sehr überraschend, diese Taktik. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und versuchen, die Taktik zu finden, die es jetzt gibt. C4 ermöglicht eine schwarze Taktik und ich finde sie immer noch überraschend, eine überraschende Taktik. Und zwar, ich verrate es euch, wir haben es schon ein bisschen gesehen, aber es funktioniert diesmal ein bisschen anders. Man spielt wieder Springer F4 und jetzt ist aber die Idee, dass man diesen Bauer nimmt und hier diesen Springer im Prinzip los eist, weil wenn ich den jetzt nehme mit dem Turm, nimmt jetzt schwarz hier und schaut euch das mal an, hier gewinnt er einfach Material. Das wird ganz furchtbar, wenn er jetzt, sagen wir, wenn ich jetzt versuche, den Turm zu retten. So, 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 so. Und es hat eine Qualität mehr und sogar noch einen Bauern mehr. Das geht natürlich einfach nicht. Und deswegen müsste ich jetzt in dieser Stellung, sagt der Computer, ich soll jetzt hier nehmen und schwarz nimmt da und irgendwie geht das noch so ein bisschen weiter und endet irgendwie ausgeglichen, schwer, jetzt ganz abzuschätzen. Es geht einfach nur darum, habe ich einfach übersehen, dieser Taktik, ja? Und ich kann mir, da werfe ich mir jetzt gar nichts vor, dass ich diese Taktik übersehen habe, weil ich diese Taktik nicht so intuitiv finde. Dann nehmen wir hier die Qualität, also dieses Opfer habe ich gesehen und den Zug habe ich auch gesehen, aber der, den zu nehmen und dann die Deckung von dem aufzulösen, das ist schon eine sehr tiefe Taktik, weil gerade, schaut euch mal an, dieser Springer ist ja sehr gut gedeckt und innerhalb dieser Taktik werden halt beide, werden halt zwei, Verteidiger abgelenkt oder weggenommen und deswegen, ja, werfe ich mir da nichts vor, diese Taktik nicht gesehen zu haben, sonst hätte ich C4 wahrscheinlich nicht gespielt. Mein Gegner spielt jetzt Springer B6 und jetzt war ich ganz froh, dass ich diesen Springer hier endlich vertrieben hatte. Ja, ab jetzt habe ich mich deutlich wohler gefühlt, weil diese taktischen Ideen weg waren. solange taktische Ideen in einer Stellung sind, muss man halt aufpassen und immer rechnen, rechnen, rechnen. Und jetzt war mir klar, ich muss nicht mehr so viel rechnen, weil es nicht so viele Taktiken gibt. Ich muss mir immer noch überlegen, was ich ziehe, aber ich muss nicht bei jedem Zug das Gefühl haben, oh, da droht was, geht das, geht das, geht das, sondern ich muss überlegen, was will ich eigentlich machen. Und, ja, mein Plan war jetzt, dass ich versuche, diese Konstellation so aufzulösen. Ich wollte eigentlich gerne meinen Tor, ich wollte den Springer wegziehen, ohne die Türme zu tauschen, deswegen wollte ich demnächst irgendwann mal den Turm wegziehen und den Springer dann, ähm, ziehen. Was mich so ein bisschen, ähm, immer geärgert hat, war dieser Bauer. Dieser Bauer ist halt, sobald dieser Springer mal getauscht ist und der wegzieht, hängt er immer und deswegen habe ich jetzt erstmal, ähm, F4 gezogen. Ja, wenn ich hier die, ich könnte, man hätte sich jetzt auch überlegen können, die F4 zu spielen und diesen Tausch zu machen, kann man auch, aber das bleibt halt so. Hier habe ich immer noch die Probleme in der Haar-Linie, ich habe mehr Raum, ich stehe aktiver, aber so viel ist da auch nicht los und es tauscht halt schon wieder Figuren und das wollte ich nicht und deswegen erstmal F4. Mein Gegner hat jetzt A5 gespielt, macht sich ein Luftloch und, naja, sagt durchaus mal hier, der weiße König ist auch geschwächt, hat nur einen Verteidiger. Ich habe hier eine Menge Figuren als Schwarzer, mal schauen, was da so geht. Jetzt habe ich, ähm, gesagt, okay, diese Springer-Situation, ich will den auf keinen Fall tauschen, weil ich nicht will, dass die Dame da hinkommt und habe jetzt deswegen meinen Springer zurückgezogen. Mein Springer steht natürlich eigentlich auch gut, aber ich setze darauf, dass ich den Springer mal angreifen kann und jetzt muss er natürlich hier die Läufer tauschen und ich habe jetzt gehofft, dass ich irgendwie seine, seine Springer ein bisschen schlecht stehen und ich die zurückwerfen kann und mein Plan war jetzt, meine Figuren, wie gesagt, so in die Mitte zu bekommen und dann zu gucken, was da weitergeht. Das war jetzt kein so richtig langfristiger Plan, erstmal einfach ein bisschen die Stellung zu verbessern. Mein Gegner spielt jetzt, hätte er vielleicht A4 spielen können, er spielt Springer A6, weiß nicht, ob der so nötig war. Ich mache weiter mit meinem Plan, setze meinen Tormel in die Mitte und mein Gegner spielt jetzt Dame B4. Sieht aktiv aus, aber ermöglicht mir jetzt eine taktische Idee. Haltet das Video dran, ihr seid dran, findet die eine Idee für mich. Hier gibt es eine schöne taktische Idee. Ich verrate es euch, die Dame, die steht da, hat er nicht mehr viele Felder, die steht da echt ein bisschen beengt und deswegen, der wäre schön, Läufer A3, Springer B5 geht und droht jetzt Läufer A3 mit Damengewinn. Deswegen kommt jetzt A4, macht sich dieses Feld frei. Und was ich jetzt wahrscheinlich hätte machen sollen, ich hätte wahrscheinlich den spielen sollen. Wovor ich so ein bisschen Sorge hatte, war das irgendwann hier Opfergehen und meine Stellung so ein bisschen anfällig wird. Hätte ich aber gar nicht haben müssen, weil meine Dame verteidigt hier noch, der Läufer verteidigt, die Türme verteidigen zu Not, also dieses Opfer wird wahrscheinlich nie gehen. Trotzdem hatte ich so ein bisschen Angst davor, aber das wäre natürlich jetzt eine super Stellung, weil ich diese Springer auch völlig im Griff habe. Die stehen jetzt hier echt abseits und kriegen keine Felder. Springer brauchen Felder im Zentrum oder vorne, wo die irgendwie gestützt stehen und die kriegen die nicht. Okay, das hätte ich machen sollen, stattdessen habe ich Läufer C3 gespielt. Die Dame ist mal vertrieben, die ist jetzt nach hier gegangen und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich jetzt die Chance genutzt habe, um endlich meinen Sprenger heranzuholen und hier habe ich mich jetzt sehr wohl gefühlt, weil ich dachte, dass irgendwie mit D4 und Sprenger E4 und meinen Türmen in der Mitte und wer weiß, D4, D5 mit dieser Fesselung, dass ich hier eine Menge Ideen habe, aber jetzt hat Schwarz hier eine taktische Idee, die wir beide wieder überhaupt nicht gesehen haben. Ihr seid dran, sucht mal eine Idee D4 Schwarz. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm diesen Zug. Ich verrate ihn euch, Springer D5. Was? Wie geht der denn? Naja, der Springer auf D5, wenn ich jetzt hier nehme, nimmt die Dame da und dann hat sie natürlich sofort Angriff, das kann ich nicht, das kann ich mir auf keinen Fall erlauben. Es gibt aber noch eine weiße Idee, falls ihr es nicht weit genug gerechnet habt, gibt es hier noch einen weißen Zug, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Ganz so einfach ist dieser Zug nämlich gar nicht. Wegen dieser Fesslung habe ich nämlich noch den Zug Dame D5, weil wenn der Bauer hier wieder nimmt, ist das hier sogar matt wegen diesem Springer, matt in einem. Aber Schwarz hat noch eine Rettung, Schwarz kann den hier nehmen und da muss meine Dame wieder weg, weil die jetzt hängt. Also ja, Springer D5, merkwürdiger Zug, aber er wäre ganz gut gewesen. Hätte auf jeden Fall ein bisschen Salz in die Suppe gebracht, habe ich einfach überhaupt nicht gesehen, mein Gegner auch nicht. Auch hier sage ich mir jetzt, okay, ja, kann man vielleicht sehen, aber es ist jetzt kein so super offensichtlicher Takt. Es gibt halt offensichtliche Taktiken, wo ich mich ärgern würde, wenn ich die nicht sehe, weil die logisch sind. Aber hier Springer D5, sage ich, wenn man den sieht, ist er logisch. Das ist immer das Schwierige. Jemand zeigt dir einen Zug und du sagst hinterher, ja, logisch, hätte ich gesehen. Aber ihr kennt das selbst, dann sitzt ihr in der Partie und man sieht ihn halt. Also wenn man nicht das Motiv sieht und dann, man ist ja nicht so, dass man über Springer D5 nachdenkt, sagt, kann ich hier eine Figur opfern, kann ich hier eine Figur opfern, kann ich hier eine Figur opfern. So denkt man ja nicht nach. Man muss das Motiv erkennen, um darauf zu kommen und das habe ich nicht. Und deswegen, ja, der Computer würde jetzt sagen, vielleicht Fehler oder Blunder oder sowas, finde ich jetzt aber nicht so, also ganz so dramatisch wäre die Stellung auch nicht. Es wäre mehr oder weniger ein Abtausch, der bei Schwarz ein bisschen entgegenkommt, weil der ihn ein bisschen entlastet. Schwarz spielt stattdessen jetzt den, weiß ich nicht genau, was der Springer da wollte. Ich nutze meine Chance und gehe jetzt nach hier und jetzt kommt Dame F5 und ja, also die letzten zwei, drei Züge hat, Moment, Schwarz hat erstmal hier getauscht, so, und jetzt Dame F5 gezogen und die letzten, gar nicht wahr, er hat hier getauscht und dann Springer die, jetzt haben wir Springer die 7, ich habe den gezogen und die Dame geht nach hier und ja, die letzten paar Züge kamen mir jetzt sehr entgegen, weil ihr seht, mein Plan ist aufgegangen, ja, mein Plan, meine Figuren hier in die Mitte zu ziehen und zu aktivieren, ist aufgegangen und immer noch steht dieser Läufer hier hinten drin. Ja, das heißt, so meine langfristige Einschätzung von dem, was so abläuft, war hier durchaus in Ordnung. Er hätte das natürlich vielleicht lösen können, aber hat's, praktisch war das nicht so einfach und damit war ich schon mal sehr zufrieden, weil das jetzt die Partie so gelaufen ist, dass ich gesagt habe, für ihn ist weiterhin schwer zu spielen, weil er hat immer noch diesen Druck auf den Gehbau und er kann seinen Läufer nicht entwickeln, die Türme sind nicht verbunden, er hat jetzt deutlich weniger Raum, ich habe seine ganzen Figuren zurückgeworfen und jetzt gibt es auch eine taktische Idee oder einen schönen Zug, seid mal, versucht mal, haltet mal das Video und dann sucht mal jetzt verschiedene taktische Ideen. Es gibt einen Zug, den ich gespielt habe, der gut ist und es gibt noch eine verrückte taktische Idee, also da werfe ich mir überhaupt nichts vor, der Computer haut nochmal richtig einen raus, aber es ist wirklich kompliziert, also wenn ihr den findet, geil, richtig geil, wenn ihr diese Idee findet, wenn ihr meinen Zug findet, auch gut. Okay, ich habe jetzt hier gespielt, Dame F2, mit der Idee Dame EZ, der ist ziemlich stark, weil diese Diagonale echt unangenehm ist, gehen wir gleich ein, wenn man eine Idee erkennt, dass man da hinten vielleicht mal auf B7 was machen kann und Springer D6 spielen würde, da stört noch der Läufer und der Computer zeigt mir jetzt hier Läufer G7 an, wow, Läufer schlägt G7, Springer D6, droht, matt, aber es ist nicht so einfach, Leute, denn, nimmt, ähm, nimmt und jetzt kann man einfach zum Beispiel Springer C5 spielen und man kann ja die Dame geben als Schwarzer und wenn man mal durchzählt, dann hat man 1, 2, 3 Figuren dafür, aber der Computer sagt halt, ähm, das ist trotzdem richtig gut, weil die schwarzen Figuren irgendwie schlecht koordiniert stehen, die Bauern helfen, dass diese Springer keine guten Felder haben und wenn man jetzt irgendwie G6 spielt, sagt der Computer, das ist immer noch riesig für weiß, die Dame und der Turm zusammen sind hier, die sind stärker als die Figuren, aber das ist natürlich schwierig zu beurteilen und zu bewerten, ja, weil, wie gesagt, im Normalfall sind 3 Figuren, wenn die gut koordiniert sind, materiell gleichwertig und sogar eher stärker als die Dame. Ich habe hier natürlich noch 2 Bauern, ja, das ist ganz klar, es ist materiell eben auch minimal, ein bisschen plus für mich, aber trotzdem, ganz schwer, ja, und diese Idee muss man natürlich erstmal sehen, aber trotzdem, geile Idee, ich spiele Dame F2 und jetzt gibt es halt verschiedene Probleme für Schwarz. Der einfachste Zug B6, ähm, ich hätte jetzt Springer, ich dachte Springer D4 ist dann einfach gut und Springer C6, aber der Computer haut natürlich wieder was raus, ähm, Dame A2, habe ich auch gesehen, König B7 und jetzt seid ihr wieder dran, äh, was machen wir jetzt? Haltet das Video gerne an, wie, was kann weiß jetzt machen? Habe ich in der Partie halt auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich diesen Motiv nicht gesehen habe, jetzt, wo wir es einmal gesehen haben, dass Springer D6 gut ist, da kommt natürlich wieder Läufer G7 und jetzt kommt es ja sogar mit Schach und jetzt ist es richtig gut. Ja, ähm, Springer, äh, B6 wäre auch nicht gut, denn hier gibt es jetzt taktische Lösungen, auch hier könnt ihr wieder versuchen, die taktischen Lösungen zu suchen, warum das nicht funktioniert, ich verrate es euch, man kann jetzt hier auf C7 nehmen, äh, äh, entwurzelt diesen Springer, der kann jetzt, kann er Läufer wieder nehmen und dann kommt aber Läufer E5, Schach und wenn der König jetzt versucht, diesen Springer zu halten, mit dem, das muss, jetzt gibt es natürlich, ähm, muss man das noch sehen, dass man jetzt hier sehr stark Dame F3 mit Abzugs, ähm, Drohungen hat, was soll der König machen? Wenn er jetzt zurückgeht, kann man jetzt, äh, den spielen, greift die Dame an und kommt dann da hinten auf B7 rein, also das sind wirklich schwierige Variationen, auch das sind Varianten, die man erstmal sehen, ähm, äh, muss, auf Springer B6, also Läufer E5 muss, äh, man kann auch direkt, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich Springer C7 nicht komplett berechnet hätte, hätte ich einfach den gespielt und hier steht natürlich weiß riesig, alle Figuren stehen super aktiv, es hätte aber noch einen Zug gegeben, der hier durchaus funktioniert und zwar Läufer C5, denn auf das Tauschen, und da sieht man, habe ich wieder einen Moment übersehen, ich dachte der Springer muss nehmen und dann kommt natürlich, ihr könnt gerne das Video anhalten und versuchen rauszukommen, was kommt als weißer, das wäre auch in der Partie aufgekommen, direkt auf Springer C5 natürlich, die Idee ist natürlich Dame A7 zu spielen und deswegen einfach B4 und Schwarz hat ein Problem, weil er muss Dame A7 zulassen und wir werden gleich in der Partie sehen, warum Dame A7 so schlimm ist, ähm, aber er hätte noch mit der Dame wieder nehmen können und der Computer gibt zwar relativ klaren Weisen Vorteil, aber das ist, das hier ist alles andere als, ähm, klar, äh, äh, ich kann es zwar auf G7 nehmen, aber der Turm kommt hier rein und dann hängt der und, ähm, der und das ist alles, ähm, überhaupt nicht ganz, überhaupt nicht klar, ich habe zwar jetzt erstmal einen Bauernmeer, meine Figuren stehen immer noch gut, aber Schwarz kriegt auf jeden Fall Gegenspiel, mit meinen schwachen Bauern, dem schwachen König, dem aktiven Turm auf der Haarlinie, dass es nicht so, dass Schwarz hier chancenlos ist. stattdessen spielt mein Gegner den und der verliert einfach und jetzt könnt ihr, ihr könnt ja mal versuchen herauszufinden, warum Dame A7 so schlimm ist. Versucht das mal zu visualisieren und zu gucken, wie es weitergeht. Dame A7 alleine ist natürlich, erst mal geht der König rüber, aber man muss natürlich herausfinden, wie es weitergeht. Ja, und ab jetzt ist es einfach verloren, ähm, ich zeige es euch. Das Problem ist, dass ich hier Dame A8 spielen kann, jetzt geht einer der Springer dazwischen und dann habe ich eben Springer A7 Schach auch noch und gewinne den B7. Und das ist das Problem, jetzt droht sowas wie Dame C8 und dieser, schaut euch mal diese Springer an, ganz traurig. Der Springer kann nicht ziehen und der Springer deckt den und kann also auch nicht ziehen und der König kommt jetzt in die Mitte, wo meine Figuren schon warten. Mein Gegner nimmt jetzt den F4 weg, aber jetzt ist es auch eh egal, was er macht. Ich nehme den weg, den weg und jetzt dürft ihr gerne noch taktische Lösungen suchen. Jetzt gibt es noch ein, zwei schöne Taktiken zum Schluss. Halte ich das Video gerne an und sucht mal heraus, wie man als Weißer das jetzt gewinnt. Hier gibt es verschiedene gute Züge, einfach wäre es zum Beispiel gewesen, Turm F1, um auf diesen F6 zu gehen, aber ja, die ein bisschen schönere Lösung ist, Springer schlägt F6, weil auf den, was kommt auf den? Haltet das Video gerne an, findet die Lösung, ist es nicht das Offensichtliche. Also ich könnte den jetzt hier nehmen, aber ich zeige es, es ist schöner. Man kann hier dieses Schach geben, der König muss da raus, ich kann dieses Schach geben, ist gedeckt jetzt, der König muss da raus und ich spiele einfach wieder damit C8 und jetzt ist es matt. Also es wäre einfach matt gewesen, da braucht man den Springer nicht mitnehmen. Mein Gegner spielt jetzt den und ihr seid nochmal dran, findet den, die Schlusssequenz. Es gibt jetzt zwei schöne Züge, ich habe eine der beiden gespielt, es gibt noch einen, der noch schneller matt ist, aber vielleicht nicht so schön, ich weiß es nicht. Beide haben die gleiche Idee, findet die Idee des Weißen und dann findet ihr vielleicht die Züge. Die Stellung ist natürlich hier, wie gesagt, eigentlich schon völlig gewonnen, man muss aber jetzt natürlich noch genau verwerten. Zum Beispiel dieses Schach sollte man jetzt nicht zu früh geben. Warum? Dann geht der König, der König rennt dann hier rüber und die Dame hängt dann ja auch und so ein Schach, das sollte man, hier steht der König richtig, richtig schlecht. Er steht hier in den offenen Linien und hier steht die Dame echt gut und wir haben gesehen, die Springer haben Probleme. Sobald ich hier dieses Schach gebe, muss ich dann reagieren. Auf einmal ist meine Dame angegriffen und vielleicht kommt der König rüber und meine Idee war es dann natürlich, hier matt zu setzen und ja, der König hat nur noch dieses Feld und das ist die Idee, den König dieses Feld zu nehmen. Es gibt hier zwei gute Züge, der Computer sagt, noch besser als mein Zug ist Läufer B4. Nehmt ihm einfach dieses Feld und sowas wie C5. Führt alles zu matt. Könnt ihr euch jetzt alle Varianten, ihr könnt immer jetzt berechnen, warum Läufer B4 in allen Varianten zu matt führt. Hier könnt ihr auch gerne wieder Video anhalten, Taktik. Ich zeige es euch. Springer C6, lenkt den Springer ab und dann ist da, da haben wir die 7 matt und so weiter. Hier führt wirklich alles zu matt. Ich habe stattdessen einen anderen Zug gespielt, der genau die gleiche Idee hat, auch sehr schöne Springer D5. nimmt dieses Feld, greift die Dame an und wenn Schwarz hier nimmt und das hat er auch in der Partie jetzt gemacht, ist damit C8 natürlich auch matt. Und das ist das Ende dieser Partie. Ja, damit habe ich die Partie gewonnen und mein Fazit, mein Fazit ist, dass es durchaus okay war, die Partie. Ich habe ein, zwei Sachen, taktische Sachen übersehen, aber die waren, wie gesagt, nicht offensichtlich. Ich habe in der Öffnung ein, zwei Sachen ein bisschen falsch eingeschätzt, gerade das mit diesem Springer C6, Springer D4 und da, das würde ich jetzt auch mitnehmen für mich, dass ich da mal reinschauen muss, wie man das besser spielt. Ja, das weiß ich jetzt nach Läufer D7 vielleicht einfach auf E4 nehmen und diese Stellung spielen. Das nehme ich mit für mich. Ansonsten war aber die Einschätzung meiner Stellung, dass mit dieser Dame E7 und diesem Läufer G7, mit diesem Damenläufer und diesem Druck gegen G7, das durchaus unangenehm ist und auch mein Plan mit diesen Figuren in die Mitte bringen, hat ja wunderbar funktioniert und deswegen bin ich hier durchaus praktisch auch zufrieden mit der Partie und ja, schauen wir mal, wie meine Road2FM weiterläuft. Ich hoffe, euch hat die Partie gut gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen und einen Kommentar da. Freue ich mich immer riesig drüber. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.